Was man sagt, um die List des rebellischen Satan abzuwehren. Ich suche Zuflucht bei den vollkommenen Worten Allahs, die weder ein Rechtschaffener noch ein Sittenloser überschreiten kann. Vor dem Übel dessen, was er erschaffen, erfunden und verstreut hat. Und vor dem Übel, das vom Himmel herabkommt und zu ihm hinaufsteigt. Und vor dem Übel dessen, was sich auf der Erde verstreut. Vor dem Übel, das aus ihr hervorkommt. Vor dem Übel der Versuchung der Nacht und des Tages. Und vor dem Übel jedes Anklopfenden in der Nacht, außer desjenigen, der im Guten anklopft. O Al-Erbarma!